In Düsseldorf kann ich jetzt sprechen mit dem IT-Experten Jörg Schieb. Schönen guten Abend. Guten Abend, grüß Sie. Ja, welche Bedeutung hat denn Wikileaks? War das ein Einschnitt in der IT-Geschichte? Naja, ich würde sagen, es war ein Einschnitt in der journalistischen Geschichte, denn Wikileaks war ja 2010 eine ganz, ganz wichtige Plattform, um Dokumente, die geheim sind, selbstverständlich, die aber relevant sind für die Öffentlichkeit, um sie publizieren zu können, um sie in einem sicheren Rahmen aber auch übertragen zu können, also im besten Sinne der journalistische Quellenschutz gewährleistet wurde und wird durch Wikileaks. Also das ist sehr, sehr relevant und natürlich hat Wikileaks durch die Enthüllungen, die damit verbunden waren 2010, also die haben wir ja gesehen, die Angriffe auf Zivilbevölkerung im Irakkrieg, eine ganz große Welle geschlagen aus gutem Grund und das hat gezeigt, wie kraftvoll Wikileaks sein kann als Plattform, wenn sich Whistleblower wenden wollen an Journalisten oder an die Öffentlichkeit, aber eben nicht entdeckt werden wollen. Das hat eine ganze Menge bewegt, selbstverständlich, ja. Nun ist dieser Begriff Whistleblower, wir haben das ja gerade auch schon mal gehört, ein Begriff, der ja nun nicht nur die politischen Dinge umfasst, sondern Whistleblower, das bedeutet ja auch in einem Unternehmen etwa, Missstände weiterzugeben, zu veröffentlichen und die stehen dann höher als das sozusagen Geschäftsgeheimnis. Ist das inzwischen auch durch Wikileaks populär geworden? Ja, wir haben ja gehört, dass sich einige Dinge juristisch verändert haben, dass Whistleblower jetzt unter einem gewissen Schutz stehen in Europa, das war ja vorher nicht der Fall und ich denke, man hätte nicht so intensiv darüber diskutiert, wenn wir nicht so einen konkreten Fall gehabt hätten, wie er durch Wikileaks überhaupt möglich geworden ist. Also diese Dokumente, diese Videoaufnahmen aus dem Irakkrieg wären ja so oder anders unmöglich in die Öffentlichkeit geraten. Da haben sich viele Menschen natürlich Gedanken gemacht, wie können wir Whistleblowern eine gute Möglichkeit geben, eine gute Gelegenheit geben, Dinge zu präsentieren, die für die Öffentlichkeit von hoher Bedeutung sind, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen, juristisch oder was den Arbeitsplatz anbelangt. Heute haben wir bessere juristische Rahmenbedingungen als vor neun Jahren und das wäre ohne diese Plattform sicher nicht in diese Richtung gegangen und sich entwickelt. Jetzt könnte man mal ganz einfach schwarz-weiß sagen, diejenigen, die da Gutes tun, in Anführungsstrichen, wie weit werden die denn inzwischen auch schon wieder eingefangen? Sie als IT-Experte, man baut ja auch Firewalls auf, also auch diejenigen, die im Grunde nichts rausgeben wollen an dem, was sie machen und an Kriminellem auch machen, die versuchen ja auch gegenläufig das zu verhindern, dass es rauskommt. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten noch, Informationen zu präsentieren. Im Darknet zum Beispiel kann man selbstverständlich auch anonym unterwegs sein, aber Firewalls oder sowas sind ja nicht der springende Punkt. Das sind natürlich technische Maßnahmen, um in einem Unternehmen zu verhindern, dass Informationen nach außen getragen werden oder das Verbieten von USB-Sticks. Das meinen Sie ja sicherlich zum Beispiel, damit Daten nicht nach außen transportiert werden können. Aber es gibt immer Mittel und Wege. Es müssen ja nicht immer auch Dokumente kopiert werden. Manchmal reicht es ja auch, wenn Sachverhalte einfach geschildert werden. Immer gut, wenn es auch Belege dafür gibt, gar keine Frage. Aber es gibt sicher viele Möglichkeiten und viele Arten von Whistleblower-Tätigkeit. Das Kopieren von Dokumenten ist eine, aber wenn das selbst im Irakkrieg, im US-Militär funktioniert hat, dann zeigt sich natürlich, eine Möglichkeit besteht immer. Denn es gibt ja immer Menschen, die ganz nah dran sind und die Mittel und Wege finden, wenn es denn sein muss. Bleiben wir mal bei Schwarz-Weiß. Wenn wir das sehr positiv finden, was die Whistleblower da machen, welche Rolle hat dann Julian Assange geschichtlich sozusagen für die Whistleblower gespielt? Denn er ist ja eine sehr umstrittene Figur. Also ganz klar, es gibt natürlich nicht nur Fans von Julian Assange aus gutem Grund. Denn wenn man jetzt auf der Seite steht, dass man sagt, es dürfen keine Geheimnisse verraten werden, ist das vielleicht eine anfechtbare Haltung. Aber es ist eine Haltung selbstverständlich, die man vertreten kann. Ich sehe Julian Assange aber als jemanden, der im Grunde genommen das tut, was auch Journalisten tun. Also Journalisten schützen ihre Quellen ja auch aus gutem Grund und sind interessiert an Dokumenten, die Missstände aufzeigen. Und das ist nicht immer, das bekommt man nicht bei der Pressestelle selbstverständlich, solche Missstände. Also das, denke ich, ist im Grunde genommen eigentlich unproblematisch. Wenn man das problematisch findet, dass man diese Arbeit gemacht hat bei Wikileaks, dann findet man journalistische Arbeit grundsätzlich problematisch. Und da sollten wir vorsichtig sein, wie wir das Ganze beurteilen. Wenn es wiederum darum geht, jemanden zu überreden, etwas zu tun oder Passwörter zu knacken, so etwas ist selbstverständlich strafbar, auch bei uns in Deutschland. Aber im Grunde genommen denke ich, dass sehr viel von der Verfolgung eher politischer Natur ist, so wie das Domstein Berg auch gesagt hat, weil es natürlich insgesamt in der US-Regierung nicht gerne gesehen wird, um es vorsichtig zu formulieren, dass er derartige Geheimnisse oder Informationen, die dem Irakkrieg, dem Ansehen schaden könnten, dass die nach außen dringen. Chelsea Manning ist natürlich ein Fall, ganz konkret. Sie hat das hier aktiv vorangebracht. Das ist eine Sache, die man beobachten und bewerten muss. Und eine andere ist, wie ist es, wenn man so eine Plattform betreibt, was im Grunde genommen journalistische Arbeit ist. Denn Wikileaks ist ja auch ein Container, wo sich ganz viele Journalisten, Redaktionen drangehangen haben, um diese Dokumente dann auch erstmal zu bewerten und zu beurteilen und dann auch in der Berichterstattung zu verwenden. Herr Schieb, ganz herzlichen Dank für die Erläuterung. Gerne.